Herzlich willkommen in der Folge von ARK Survival Evoles. Bei mir dabei ist der Kuit. Hallöle. Und Tashlight. Guten Tag. Und wie ihr alle schon seht, hat sich beim Tashlight zum Beispiel was verändert. Der ist Dikok geworden. Der frisst viel. Ne, wir haben jetzt hier Flossen. Das wird man bei mir relativ schwer, deswegen ist Tashlight hier auch. Flossen. Sauerstoffgerät und Towerbrille. Weil ich hab Hunger. Ach, Bob steht jetzt auch schon fertig in den Startlöchern. Leg ich mal jetzt auch mal schnell an. Weil wir haben vor, nach unten zu gehen. In die Tiefen des Meeres. Dafür haben wir uns ein paar Delfine gezähmt. Ne, und ich würde sagen, jeder geht mal auf seinen Delfin. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen eben halt mal jetzt einen Anglerfisch zu kriegen, ne? Ja. Sollte das auch machen. Links oder rechts? Runter. Ja, ist mir irklau. Ja, einfach mal bloß stimm runter. Ja, wir müssen es jetzt nach... ...leuchten. Oh, hier gibt es sogar wieder... Ich gebe es Pärchen. Ja, richtig viele. Ich habe jetzt keine Waffe mit. Ich habe eine Waffe mit. Halt mal die Umgebung ein bisschen mit dem Augen, ne? Ja. Ich sammle derweil mal schnell die paar Perlen auf. Das ist eine gute Idee, mach das. Ja, Perlen kann man nie genug kriegen. Oh, hier vorne gibt es noch mehr. Ja, weil wir sind eigentlich auf der Suche nach so einem Anglerfisch. Ich habe persönlich, habe ich noch nie einen gesehen, nämlich in dem Spiel. Ich auch nicht. Ich habe zwar schon, ich habe auch richtig lange schon danach gesucht, also... Ne, ich habe bloß davon gehört. Gelesen habe ich davon, genau. Wofür brauchen wir das jetzt eigentlich noch? Ne, da gibt es eine spezielle Waffe, die ich gerne bauen würde wollen. Aber mehr sage ich dazu noch nicht. Warte mal, wie weit geht denn das hier runter? Äh, wo seid ihr jetzt überhaupt nicht? Wir sind weiter... Richtung Meer raus. Ich habe ihn! Alter, die ist ein Aggro. Ja, wo bist du denn? Oh Gott, warte mal, ich muss erst mal weg hier. Ah, sind gleich zwei? Oh ja. Das sind zwei, ne? Sind zehn? Hab ich gelesen, ne? Ja, sind die auch. Okay, der eine greift mich an solchen töten, oder was? Ja. Ja, mal gucken, ob das Angler-Gel da rauskommt, na klar. Ah, das ist kompliziert, im Wasser zu kämpfen. Ah, das ist... Das ist... Ja, ich habe vier Angler-Gel. Oh, das ist gut. Ne, das Vieh liegt hier aber noch da, ne? Wir halten ganz schön was aus, ne? Oh ja. Schwierig zu treffen. Ne, warte mal kurz, machen wir's jetzt... Ne, stopp. Wir könnten nochmal ein... Alter! Da kommt richtig was raus, ne? Fünf, sechs hab ich jetzt... Was hast du noch gemacht? Ich hab 15. Mit Spitzhacker. Ne? Spitzhacker. Mit Spitzhacker. Ja. Versuch du mal... Uh, lecker, lecker, lecker. Heftig. Ah, wir sind am Rande. Ja. Nur noch, hier ist hier die unzichtbare Mauer. Ja, dann war ja die Folge sehr erfolgreich. Ja, das war's. Tschüss, ne? Gibt heute nur ne 3 Minuten Folge. Machen wir weiter, oder? Wenn's gut läuft. Ja, klar. Wieso hab ich jetzt aber ne Sau... Achso, das ist Standard. Hm, Gott. Wie viel von dem Mangel brauchst du eigentlich? Tene, aber wir haben ja jetzt schon genug einstecken. Deswegen hab ich ja gesagt, das war's mit der Folge. Achso, na, ist in Ordnung. Ne, machen wir mal weiter, oder? Wenn's gut läuft. Hier sind noch zwei. Hätt ihr weitergeschwommen am Rand? Ja. Also, einer hätte mit dem Megaloot ankommen sollen. Facks. Ah, mir schaden, glaube ich. Also, wir müssen ein bisschen mehr zusammen sein. Jetzt schwimmst du hier rum, wenn ich bin durch Schnee, ne? Warte mal, ich schwimm mal nach oben. Ich schwimm mal ganz straight nach oben jetzt. Da schwimm mal nach oben, da seh ich das, ob du, wo du bist. Oh, Nessi. Und ein Hai. Genau das Problem hat ich gerade. Ich hab ein Ironburger gehabt. Aber wo seid ihr jetzt genau? Ich bin jetzt an der Wasseroberfläche, aber ich guck halt. Warte, ich komm mal hoch. Du musst irgendwo finden. Also, ich bin eigentlich... Okay. Ich bin an der Base. Was? Ja, ich auch. Bist ja wieder zurückgeschwommen. Und seid ihr zurückgeschwommen? Ne, doch. Warte mal, ich nehme mal kurz die Terror in der Absehnung. Seh ich jetzt so mehr? Ja, relativ. Ja, schwimmen. So, man mag doch in der Ego-Perspektive gehen, also in Ordnung. Was findest du, siehst du, die Flipper? Flipper hab ich gefunden. Wo seid ihr? Ach nee, gerade. An der Base. An dem Ausgang. Hm, da schwimm ich jetzt mal kurz wieder zurück. Ach, links weiter weg jetzt, ja, ne? Sollen wir uns mal so ein Angler-Gee züchten? Hier unten soll eigentlich noch eine Unterwasserhöhle sein. Okay. Hast du eine Karte bei der Hand, oder was? Nee, da muss ich jetzt raustappen. Und das sieht man eben halt, wenn ich das habe. Das ist doof. Warte mal, ich hab mein Handy. Hier oben. Die gute alte Technik. Na, logisch. Ja, ich hab hier auch noch ein Laptop nebenbei stehen. So, komm mit. Hier oben schwimmt was, ne? Sieht aus wie Heier. Ja, ist sehr in Ordnung. Ich sagte, kann aus der Gänge. Komm auf uns zu. Okay. Sollen wir die eben wegmachen? Okay, ich hab die Karte gefunden. Und zwar bei... Die sind jetzt da. Jetzt sind sie da. Okay. Sollen wir drauf los? 90... 9014 sind die. Achtung, Nekro, die haben dich. Oder mich. Ja, ihr müsst aufpassen, die Heiko. So. Wolltest du killen? Ja. Die sind das? 2. 2. Versuchen, möglichst. Weg hier. Kann nicht viel ausrichten gegen die, ne? Äh, doch. Du musst dich seitlich von denen halten. In der Nähe bleiben. Nie weg schwimmen. Einfach in der Nähe bleiben. Ich krieg Bonus, wenn ihr in der Nähe seid. Ach, darum geht's dir wieder. Äh, nur wieder abgreifen, ne? Ja, ja. Na logisch. Oh, der ist gleich bret, ne? Ja. Ja, die Eier können gegen... Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, ich muss weg. Ich auch. Ganz wenig level. Hm. Meiner hat noch. Inner Spray. Meiner hat noch der 7. Ach so, würde mal reingehen und auf Fressen klicken, ne? Hm. Ja. Ah, das ist ein geiler Trick. Ja, ich gebe dir immer ein bisschen erst mal Leben hier. Da kann ich nämlich weiter machen. Ja, ich muss doch mal reingehen. Komm mal her, komm mal her, du. Auf gleich. Du rüchst euch auf den besten Frank. Das war's. Los. Braucht bloß das Fleisch, das wäre ganz gut. Du kannst doch, guck, mit reinhauen. Du hast da auch. Ist natürlich jetzt sehr blöd, dass es jetzt so dunkel wird, ne? Ja. Also, wie schon gesagt, ich habe die Karte gefunden und bei 9014 ist eine Höhle. Wollen wir da vielleicht mal hinschwimmen? Ja, das wäre meine Idee. Mal die zweite Höhle ausspüren, Jörn. Ja, klar. Mal gucken, vielleicht gibt es da ja ganz viel Anlage hier. Hi. Hey, wo bist du? Wo war ich eigentlich? Wo war ich zumindest gerade? Ich stehe hier bloß, Flipper. Ja, wir gehen erst, wir treffen uns erst mal unter Wasseroberfleisch. Ich glaube, das wäre das Einfachste. Jo. So tief haben wir da. Ich bin oben. Ach, kurz. Auch. Okay, sind alle da. Wo seid ihr denn? Ja. Direkt am Eingang da, der Bucht. Ja. Na, dann würde ich sagen, machen wir mal zur Höhle. Ja, mal kurz kommen hier. Okay, dann muss ich abstehen dafür. Ach so, okay, jetzt sehe ich dich. Du warst, ich habe dich gerade nicht gesehen. So, wir sind jetzt auf 8012. Wir müssen auf 9014. Das ist direkt nur unter Wasserhöhle, ne? Das ist nur unter Wasserhöhle, ne? Da macht es ja Sinn, dass wir mit den Taucherflaschern weg sind. Oh ja. Achtung, Vor und Zeit. Oh ja, wegschwimmen. Hat er echt einen 8. Spancher-Level, ne? Ich fasse es nicht. Ja, das ist unglaublich. Vor allem, der ist noch drei Level gestiegen. Ne, der ist acht Level gestiegen. Ja. Wo ich ihn gezähmt hatte, war der acht Level gestiegen. Okay, hier sind die... Ne, 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 ich werde das schwimmen, da ist die Mauer. Schwimm dir bloß hinterher. Gut, weitermachen. Wieso ist das hier irgendwo? Ne, wir sind jetzt bei 77,8. Ach, da ist ein Anglerfisch. Jetzt findet man die, die kriegen. Ich fasse es nicht. Letztens bin ich über eine Stunde rumgeschwommen, ey. Ich sehe hier nichts, ne? Oder nicht viel. Ja, ich sehe auch nichts. Abbauen muss man aber mit der Axt, ne? Wie gesagt. Was habe ich gesagt? 90, 90, 17? 90, 14? Irgendwie so, ne? Jede Menge Perlen. Jetzt schwimmen weiter, ne? Weißt du es? So, äh... Warte mal, Neko. Ja, ja, ich warte. Ich sammle ja schnell die ganzen Perlen auf. Ich schwimm mal zurück, damit du mich findest. Oh Gott. Nein! Wo ist mein Raffin? Wir sind hier zwischen den Steinen. Ich bin angegriffen. Von Nessie. Ja, sehe ich. Hier ist auch Flippers tot. Okay. Ja? No? Weißt du, hier ist ein Hai. Fuck. Was denn du? Was? Wir müssen uns besser koordinieren hier. Das funktioniert heute hier irgendwie nicht so. Ja, das ist wieder so ein Nessie wie. Dann Wasser aber vielleicht hochschwimmen. Ja, ich schwimm gerade hoch. Ah, no. Wir sind immer noch in der Nähe der Basis. Weiter haben wir es nicht geschafft. Äh, kannst du den Sattel mitbringen, Tash? Äh, gerade nicht. Ich werde hier gerade attackiert von einem Hai. Oh Gott. Schalt nochmal zurück. Aber mit den Flossen bist du ja relativ fix, oder? Ja. Anglaublich. Ich seh nischt, das ist zu dunkel. Ich bin dich nicht. Ich bin gleich tot. Wissen du? Was bist du? Kannst du ihm helfen, ja, ne? Hei ist tot. Tash, komm her, warte mal. Heilen. Wo bist denn du? Da unten. Versuch mal den Sattel wieder unter sich im Bauen. Ja, nehm, 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 nehm. Ich wünsche mir auch. Äh, nein, er folgt dir. Achso, warte mal. Bist du, MacLeaner? Zweifel zu dir. Äh. Ja, beeil dich. Hier kommt nämlich noch so ein Nessi-Vieh. Äh. Nicht an den Links dran. Ich bin tot. Ah. Mal ganz schnell nach oben. Ja, schwimme du nach oben. Ja, dann, ja, dann, ja, deiner folgt. Was? Das Vieh folgt mir deswegen. Ja, wo ist denn? Der, der, der schwimmt mir nicht. Okay, der hat losgelassen. Ja, äh, wo ist dein, dein, dein... Wie ist, der ist das bei mir. Okay. Der dritte gerade noch wie verrückt seine Kreise. Ey, der monstert unten, bei den Felsen? Ne, ne, nicht mehr ganz. Also, ich bin jetzt glaube ich an der Wasseroberfläche. Ja, ich bin auch an der Wasseroberfläche. Ich muss immer an Land. Was für eine Frau. Naja. Also, also, bezüglich des Angler-Gills war's erfolgreich. Was macht denn mein Delfin dort unten? Ja, das sag ich ja. Der, der, der folgt dir irgendwie. Ihr seid jetzt Wasseroberfläche, habt ihr gesagt. Das ist korrekt. Ach, hier vorne steht einer. Ich seh's. Ich hab den auch, ich hab den auch angreifen ausgemacht. Der Wasserflasche ist kaputt. Ach nee, der greift doch an. Deswegen hat er so, hat er so umgespackt auf immer. So. Naja. So. Gut, das war's aber auch schon wieder für die Hörer. Ja. Wir haben was dazu gewonnen und wir haben was verloren. Ja, immer hab ich. Jede Folge stirbt ein Viech vor mir. Zum Glück diesmal mal nie meins. Wenn's euch gefallen hat, wir würden uns definitiv über Feedback freuen. Und ich würd sagen, viel Spaß beim Gucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann tschüßen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.